Und auch Carsten McColle kommt hier nochmal ran, hat jetzt ca. 150 Meter Rückstand auf dem Platz 3. Und Karl Watt, der ist sehr gut im Rennen, wird seine Alterslasse auf jeden Fall für sich entscheiden, aber vielleicht kann er noch mehr machen. Vielleicht kann er sich nochmal ran gehen, 200 Meter Rückstand. Ja, Martin Ehl, willkommen auf Runde 4. Und Heiko Mölke aus Steinheim, bei Brautauspiel. Und Applaus für unsere Läufer! Jawoll! Die Euphorie, die braucht man heute! Dafür sind wir aber mal in der Stadtraum! So, und jetzt kommt wieder Katharina Kaufmann, an uns vorbei, geht jetzt auch auf ihre fünfte Runde, sieht noch ganz frisch aus! Applaus Ja, Martin Ehlmann, an uns bei Brautauspiel. Ja, Martin Ehlmann, an uns bei Brautauspiel. Ja, Martin Ehlmann, an uns bei Brautauspiel. Applaus So, für der Nummer 1853 kommt jetzt hier am Ziel vorbei, Hubert Rödle! Jahrgang 1936, unser ältester Teilnehmer mit einer Geschwindigkeit, von der sich einige noch die Scheibe abstreiten können. Hervorragend! Applaus Unser Vokalradator, Hannover Kopski, ist bald nicht dabei! Applaus Vielen Dank! Applaus 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 So, und hier kommt noch jemand vom Jesus-Team, die wirklich jedes Jahr konstant mitmacht und uns dann viele Leute stellen. Und ich habe jetzt auch Informationen bekommen, aus Pikani, Frankreich, ist eine Gruppe von Häufern. Und Martin Allgaier, kommt schon wieder, habt ihr hier vorbei. Applaus Applaus Der hat uns dann in den Beinen, und er macht uns allen was vor. Applaus 20 Häufern aus Pikani, Frankreich, sind extra von ihrem Fernseher aufgestanden, haben die Tour de France, Tour de France einlassen, sind hierher gefahren und haben hier beim Stadler-Penal mitgemacht. Applaus Toll, dass wir mit der Beine außen international bekannt sind. Frontierter, Freiplatzierte, hat jetzt wieder 50 Meter verloren. Applaus Kann aber vielleicht nochmal ran kommen an Martin Allgaier. Applaus 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 We only sent the way we were, I died a whole time, you were a bad boy, I died a whole time, you were a bad boy, I died a whole time. What is this?